Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt euch einen Schokokuchen von mir gewünscht und da habe ich euch gleich den schokoladigsten aller Schokokuchen mitgebracht, den ich kenne. Da darf man zwar echt nicht nach Kalorien fragen, aber wenn man mal wirklich die absolute Portion an Schokolade braucht, ist das euer Kuchen, ich sag's euch. Dafür brauchen wir 200 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 3 gehäufte Esslöffel Backkakao, 3 Eier, 150 Milliliter Wasser, 2 Teelöffel Backpulver und eine große Prise Salz. Und wir fangen damit an, dass wir uns eine Schokosauce vorbereiten. Dafür füllen wir uns zunächst den Zucker in einen Topf und vermengen hier den Backkakao darin, damit wir keine Kakaoklümpchen haben. Danach fügen wir uns noch das Wasser dazu, das wir auch schon einmal grob einrühren und als nächstes geben wir uns etwas von unserem Salz dazu. Ein bisschen brauchen wir dann später aber noch, um die Eiweiße aufzuschlagen. Und zum Schluss geben wir dann noch die Butter dazu und dann kochen wir das Ganze unter ständigem Rühren auf dem Herd auf, bis wir eben eine schön einheitliche Schokosauce bekommen. Von der Soße füllen wir uns jetzt circa eine halbe Tasse ab. Ich hatte jetzt sogar ein bisschen zu viel genommen, weshalb ich danach nochmal wieder einen Schluck zurück in den Topf gegossen habe. Und dann lassen wir die Schokosauce so auf jeden Fall vollständig auskühlen, bevor wir weitermachen können. Danach können wir das Mehl schon einmal vorbereiten, in das wir uns unser Backpulver mischen, damit wir das später gleichmäßig im Teig verteilt haben. Und im Anschluss können wir dann noch die Eier trennen. Die Eigelbe geben wir uns dann in eine große Rührschüssel und die Eiweiße fangen wir uns in einem sauberen Gefäß auf. Habt ihr das geschafft, kommt die restliche Prise Salz zu unseren Eiweißen, die wir jetzt so lange aufschlagen, bis wir einen richtig schön festen Eischnee bekommen. Den stellen wir dann vorerst beiseite und machen mit dem eigentlichen Schokoteig weiter. Dazu schnappen wir uns die Eigelbe, die wir einmal kurz mit dem Mixer verquirlen, bevor wir dann unter langsamem Mixen die abgekühlte Schokosauce aus dem Topf einfließen lassen. Sobald ihr das alles gut vermengt habt, geben wir das Mehl dazu, das wir auch zuerst nur so grob einrühren, damit uns das beim Mixen nicht in alle Richtungen fliegt. Und erst dann können wir nochmal alles auf höchster Stufe vermixen. Jetzt kommt der Eischnee zum Einsatz, den wir vorsichtig und in mehreren kleinen Portionen unter unseren Schokoteig heben. Am Anfang erst eine kleine Portion, um den Teig schön aufzulockern und dann fügen wir nach und nach immer etwas mehr dazu, bis der ganze Eischnee aufgebraucht ist. Den Kuchentag füllen wir uns dann in eine 20er Springform oder auch in einen Tortenring, wobei ihr den Kuchen auch bei doppelter Menge richtig gut in einem Backblech backen könnt. So geht es dann jetzt auf jeden Fall bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Ich mache da aber auf jeden Fall am Ende nochmal die Stäbchenprobe. Meinen Kuchen habe ich jetzt auch ehrlich gesagt kurz im Ofen vergessen, weshalb der mittig ein bisschen aufgeplatzt ist, aber das ist überhaupt kein Problem, weil er ja noch nicht fertig ist. Denn jetzt können wir unseren Kuchen, solange er noch heiß ist, ganz vorsichtig vom Tortenring oder eben von der Springform lösen und auf einen Tortenteller umsetzen. Oder beim Blechkuchen lasst ihr ihn dann natürlich ganz einfach im Blech. Beim runden Kuchen müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder den Tortenteller um den Kuchen legen und festspannen. Und dann stechen wir die ganze Kuchenoberfläche mit einer Gabel oder mit einem großen Schaschlickspieß ein. Und darüber gießen wir uns jetzt unsere übrig gebliebene Schokosoße aus unserer Tasse. Wir tränken den Kuchen also regelrecht und die Schokosoße sickert dann so richtig schön nach innen. Und dann haben wir diese unglaublich geniale Kombi aus fluffigem und übertrieben saftigem Kuchen. Also wirklich unglaublich lecker. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Oberfläche dann auch noch mit gemahlenen Mandeln, Haselnüssen oder auch mit Kokosnussraspeln dekorieren. Und dann würde ich den Kuchen auch auf jeden Fall zuerst auskühlen lassen, bevor ihr ihn serviert, damit die Soße einfach noch ein bisschen durchziehen kann. Und ihr seht jetzt hier einmal beim Anschnitt, unten ist der Kuchen wirklich saulocker und luftig und je weiter es nach oben geht, umso saftiger wird das Ganze. Probiert diesen Kuchen unbedingt aus, wenn ihr Schokolade liebt und postet eure Fotos mit dem Hashtag absolutelebenslust auf Facebook, Twitter oder auf Instagram. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Rezept wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Bis dann.